Wir können uns Zeit lassen. Sie übernehmen den da links. Bei drei. Eins, zwei, drei. Aber, das ist nicht mal eine Lieblingsmission. Es gibt noch eine geilere. Und das ist nicht mal eine unentdeckt-Sein-Mission. Aber meiner Meinung nach gibt es, glaube ich, noch eine geilere. Also ich kann mich nicht wirklich entscheiden. Was passiert, wenn wir eine Waffe nehmen ohne Schalldämpfer? Vorsicht mit feindlichen Waffen, Roach. Waffen ohne Schalldämpfer lenken viel Aufmerksamkeit auf Sie. Genau. Diesmal sagt uns jemand, dass das so ist. In Modem V1 haben wir bei der Sniper-Mission nichts gesagt gekriegt. Und das Messer davon ist auch cool. Geht da nämlich viel schneller mit. Anstatt so. Hierüber. Derselbe Plan. Bei drei. Eins, zwei, drei. Ähm. Das wurde ein wenig schiefgelaufen. Ja, das ist mir auch noch nie passiert. Sturm wird stärker? Das ist gut. Ich habe nämlich Herzschlags in unserem praktischen Wärmbildgerät. Wärmbildgerät in etwas un... 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 Ähm... Ungenauen... Dingens. Ungenauen... Verfassung. Verfassung. Blablabla. Egal. Weiter geht's. Immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Wie weit denn noch? Wie weit ist das noch? Wir trennen uns. Ich halte mit dem Thermalzielfernrohr von diesem Kamm aus Wache. Ja, was heißt Thermalzielfernrohr? Ja, was heißt Thermal... Der Schneesturm sind sie wie ein Geist. Die Wachen erkennen sie also erst sehr spät. Danke. Augen auf den Herzschlagsensor. Viel Glück. Okay. Also. Was bedeutet Thermalzielfernrohr? Was ist das denn? Ja, das ist ein Zielfernrohr mit einem Wärmbildgerät drin praktisch. Sagen wir es so. Das ist praktisch das wie aus der AC-130 im ersten Teil. Das Ding. Genau so was ist das Thermalzielfernrohr. Mit so einer Sicht. Gut gemacht. Ja, ich weiß, wo die Wachen sind. Keine Sorge. Ich hoffe, dass mich auch keiner entdeckt. Sonst laden wir natürlich. Ist doch klar. Man kann nämlich auch noch schaffen, wenn man entdeckt wurde. Aber das ist dann nicht so ganz so leicht. Voll erwischt. Jo. Jo, Alter. Ist voll recht, Alter. Okay, hier dann. Ach nein, wir müssen da rum. Der gehört mir. Okay, sauber. Sauber, okay. Nein, wir gehen da nicht rein. Warum? Da sind zwei Wachen. Ich habe Ihre Kommunikation abgehört. Glaube ich. Meine ich ja. Da sind Osten, das C4 bei der Tankanlage anbringen. Da übrigens auch. Wenn das in die Hose geht, gehen wir nach Plan B vor. Okay, was ist Plan B? Wachen in Alarmbereitschaft. Was? Da kommt der Truck. Außer Sichtweite bleiben. Okay, bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Ja, warten wir einfach mal hier. Ach gut. Ich konnte den Kampf auch verhindern, glaube ich. Wenn ich jetzt meinen Fuß nicht bewege, dann kann ich ihn verhindern. Ja, okay. Haben verhindert. Okay, wo ist der Truck? Truck fertig? Gut. Wenn man Wachenreden hört, dann haben die ihn meistens entdeckt. Und suchen ihn dann nach einem. Aber haben einen noch nicht gefunden. Oder denken sie irgendwann entdeckt. Oder sowas in der Art. Einfach auf den Herzschlagseite gucken. Solange da nichts ist. Die Tankanlage ist am Nordostende der Landebahn. Ist alles gut. Okay, das hier ist leider falsch. Oder? Ne, Quatsch. Da geht's. Geht's da lang? Ich meine, dann ging's hier hoch, ne? Ja, genau. Gott, hier ging's lang. Okay, jetzt könnte es ein bisschen schwer werden. Denn jetzt kommt es ein bisschen schwieriger. Weil hier gibt's ein bisschen viel Wachen. Seht ihr auch? Auf dem Thermalsensor, Dingens. Auf dem Thermalsensor, Dingens. Ich weiß, wie das Ding da heißt. Ähm. Der Truck kommt. Ja, okay. Jetzt Gart weiß ich's nicht, aber egal. Truck kommt. Ist das toll oder schlecht? Ich würde sagen, schlecht. Oh, fuck. Wow, wow, wow. Das war zu knapp. Das war zu knapp. Das darf uns nicht nochmal passieren. Okay, keine Signale, also einfach los. Sekunde. Aktivität auf der Landebahn. Was? Mehr als 20 Feinde nähern sich zu Fugeln. Was? Das ist die Tankanlage. Ja, ist... Das weiß ich. Sonst würde er mein Missionsmarkt nicht mehr zahlen. Übrigens, wenn wir links lang gehen würden, da wären gepanztete Fahrzeuge. Da hätten wir ein Problem. Wer für erst da ist. Breche auf, Ende. Da, wir können jetzt so schnell sein, wie wir wollen. Er ist zuerst. Weil er einfach so geil ist. Darum. Er ist echt der geilste Charakter. Meine Ansicht nach. Such a soul. Soul. Die Uber-Killer. Die Uber-Mega... Mega, super. Oh, boah. Klar. Nein! Nein! Ja, super. Okay, wir können uns töten lassen. Warum? Die Mission ist fast nicht mehr schaffbar. Ja, super. Leck mich. Leck mich fett. Ich höre weitere Funksprüche über den Satelliten. Bereithalten. Aha. Der Satellit scheint im Hangar ganz hinten zu sein. Hier lang. Wer zuerst da ist. Breche auf, Ende. Keine gute Idee. Was mache ich? Hier lang. Was ist das für ein Geräusch? Der Wagen. Mag den Wagen nicht. Okay. Was? Das hat niemand gemerkt. Nö, nö. Was? Das da vorne gefällt mir gar nicht. Ah. Gut. Es hat mir gar nicht gefällt. Oh, oh. Falsch. Roach, ich warte hinter den Hangars an der Südwestdeck. Fuck. Ja, ist logisch, ne? Ja. Ist logisch. Ja, ja. Ne, echt? Habt ihr noch gesehen? Den Untertitel. Sie wurden entdeckt, Roach. Ich höre weitere Funksprüche über den Satelliten. Ja, das ist sehr schwierig, unentdeckt zu bleiben. Jetzt ab hier. Das ist einfach sauschwer. Der Satellit scheint im Hangar ganz hinten zu sein. Wer zuerst da ist. Breche auf, Ende. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Ich hab ein Problem. Ah. Die laufen weg. Ja, das ist auch mal nett zu essen. Danke. Ich liebe dich. Oh, ne. Der Wagen ist schon wieder. Wie gespeichert, ach, speicherst du auch mal. Och, du bist ja nett. Wo muss ich eigentlich hin? Ah, ah, ja, stimmt. Jetzt ist es ja nicht mehr um Kompass. Ich, ich, ich hab das vergessen. Es ist unglaublich. Es ist vielleicht nicht das erste Mal, dass ich jetzt Rähnen durchgespielt habe. Ah, wir sind da. Ich warte hinter den Hangars an der Südwestecke der Landebahn. Ne, echt? Guck mal, wer da ist. Die Landschaft genossen, was? Ähm. Los geht's. Ja. Das sagt er bei jedem Mal. Irgendwie ist unsere Geschichte angefroren. Tja. Kann man wohl nichts machen. Das ist der Kill, den man im Teaser gesehen hat. Rauf gehen und das ACS-Modul suchen. Den hätte man übrigens nicht anders töten können. Der war gestriptet. Was? Ja, das macht er jetzt die ganze Zeit, bis wir das ACS-Modul haben. Dann holen wir das ACS-Modul nochmal. Roach, ich bin aufgeflogen. Stellverhalten und Feuer einschränken. Wie viele? Oh mein Gott. Das ist nicht gut. Plan B. Okay. Das ist Plan B. Wer lasst mich nicht sterben? Nein. 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 Ja, das war doch Style. Wir nehmen die Mixer-Steckung und gehen über die Rollbahn. Südosten. Das war echt Style, oder? Wenn wir jetzt nicht gezündet hätten, dann hätten die ihn erschossen. Und ja, dann wäre es auch so gewesen, dass wir vom letzten Checkpoint neu laden müssen. Also, bringt nichts. Ich hatte zuerst gedacht, man hätte die Wahl. Aber nee, hat man nicht. Okay. Also das Teil da vorne. Das Problem ist nur, dass da Feinde sind was. Nicht gerade zum Guten beiträgt. Ich dachte, du deckst mich. Ja, dann musst du schon die Feinde erledigen. Ne? What? Ja, du deckst mich total toll. OMP 5 wird dich. Geile Waffe. Ah ja, stimmt. Genau das Didi ist geil. OMP 5 wird dich. Oder? Ähm, irgendwie ist die Präzisierung für den Arsch. Warum nur? Schießen. Ohne Rückstoß. Das ist doch geil. Ne, wo bin ich? Wo? Hm. Ich lasse am Leben. Ich werde los. Cool, dann kann er auch sterben. Ich hab's echt gesagt, er hat mir nicht ausgebildet, weil er noch nie zu viele Schaden genommen hat oder so. Keine Ahnung. Wenn er gar nicht sterben kann, kann er ja auch nicht zu viele Schaden nehmen.